Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Thema Mineralien. Woher kommt eigentlich die Bedeutsamkeit von Mineralien in der Forschung her? Ist der Paracelsus schon involviert gewesen oder nur der Schüßler oder wie ist das zustande gekommen? Das ist das Thema der heutigen Sendung und ich freue mich Ihnen ganz besonders einen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich der Wolfram Kunz. Ganz herzlich willkommen, lieber Wolfram. Grüß dich Alexander. Du bist Apotheker, du bist Heilpraktiker und du bist Biochemiker und daher hast du dich mit den Mineralien auseinandergesetzt und da möchte ich dich gerne fragen, wie ist da der geschichtliche Verlauf gewesen zu dieser anfänglichen Entdeckung von Mineralien bis zum heutigen Stand? Ja genau, also die Wurzeln gehen tatsächlich, du hast den Namen schon erwähnt, bis Paracelsus zurück. Paracelsus hat dem Wasser, da können wir dann später noch darauf eingehen, die größte Heilkraft zugesprochen und dann aber gesagt, in der Therapie sind die Mineralien die Zugpferde und diese Tradition, die Alchemie reicht ja sehr weit zurück bis ins alte Ägypten. Und dann kam Hahnemann, der hat auch Paracelsus gelesen, hat es wieder ins Leben erweckt und die Homöopathie, die heilt ja mit auch teilweise, ich sag mal, harten Sachen, die werden aber potenziert, fein verdünnt, zum Beispiel Wespengift, Phosphorsäure und so weiter. Und dann kam Schüssler und hat gesagt, jetzt nehmen wir doch das, was wirklich die ganzen Stoffwechselprozesse fundamental ermöglicht, die Mineralien, sind für so viele Stoffwechselprozesse notwendig, hunderte Enzyme brauchen Calcium, brauchen Magnesium, brauchen Zink und so weiter. Und hat gesagt, jetzt kürzt sich die Homöopathie sozusagen ab, die Homöopathie ist ein weites Feld, ein Universum, da kann man sehr viel studieren und macht es einfacher, hat er es mal gesagt und sein Hauptwerk ist die abgekürzte Therapie, deswegen heißt es so. Also ich kürze die Homöopathie ab, nehme nur die Mineralien, potenziert die aber genauso wie die Homöopathen, das mit diesen teilweise, Fliegenpilz wird auch verdünnt oder homöopathisiert, potenziert und damit heile ich, und jetzt hat er gesagt, alle Krankheiten, die überhaupt heilbar sind. Und ich muss sagen, ich mache jetzt seit elf Jahren Schüssler und das kommt ganz schön nah dran, wenn man das so macht, wie die moderne Chemie das begreift. Was ich noch nicht ganz begreife, ist, für mich sind Mineralien, physikalische Mineralien, wie Zink, wie Calcium, und du hast jetzt das Wort Homöopathie hineingebracht, ich gehe jetzt mal davon aus, Schüssler, Homöopathie, da geht es jetzt nicht um das Mineral selber, sondern eine homöopathische Form davon. Genau, also wir brauchen die Mineralen auch in der Menge, ich nenne das dann einfach grobstofflich, also du brauchst jeden Tag 300 Milligramm Magnesium, Punkt. Das kann und will Schüssler auch gar nicht liefern, da geht es um andere Dinge, da geht es um die Feinregulation und man kann bis zum heutigen Tag jetzt nicht wissenschaftlich nachweisen, wie es wird, ja, aber die Erfahrungen sind phänomenal. Und Schüssler potenziert die Mineralen eben, wie gesagt, so fein, wie es normal die Homöopathie mit anderen Substanzen macht dann. Es kommt immer wieder das Wort Mineralien oder Salze. Genau, Mineralstoffe, Salze. Aber eigentlich ist es ja nicht, das ist nur eine homöopathische Information eigentlich. Ja, das denken viele Leute doch, also die Homöopathie verdünnt ja so weit, ab einer D23 Potenz ist dann auch wirklich nicht sicher etwas in einer Tablette oder im Globuli dann drin. Das ist dann Informationsmedizin. Aber bei Schüssler ist es so, der verwendet ja wirklich Niederpotenzen, also D6 bis D12. Und jetzt kann man sagen, wenn man es in Gramm sieht, ist wirklich auch sehr wenig, es ist homöopathisch, wenn man so will. Also in einer D6 sind dann 0,0000001 Gramm drin. Aber wenn man jetzt mal so wie Gulliver das anguckt, also wir gucken jetzt mal von oben drauf, sagen, das ist ganz wenig. Jetzt machen wir uns aber ganz klein, wie Gulliver auf die Riesen guckt und dann sind in einer Tablette Schüssler noch 16 Billionen Mineralstoffmoleküle drin. Wir müssen uns wirklich dieser Welt des kleinsten mal nähern, um das zu begreifen. Und Schüssler, die haben sich schon sehr genau Überlegungen gemacht, die wussten aus wie vielen Zellen der menschliche Körper besteht und haben dann wirklich ausgerechnet, wie weit kann ich das potenzieren, dass ich da noch wirklich was bewirken kann. Also für mich sieht Schüssler, es ist homöopathisch verdünnt, ja, aber es ist noch erheblich was drin, es sind Niederpotenzen. Und für mich ist es so die Mitte so zwischen grobstofflich und feinstofflich irgendwo. Also es ist keine Hochpotenz wie die Homöopathie. Ja, ich finde es einfach noch spannend, jetzt über Schüssler auch mal noch zu reden, konkreter. Ja, gern. Ich dachte immer, ich sei noch der letzte Schweizer, der Schüssler zwar kennt, aber keine Ahnung, was es ist. Und ich glaube, es betrifft uns viele. Ja. Meine Zahnärztin zum Beispiel hat das meinen Kindern gegeben, Schüsslersalze für stärkere Zähne. Da dachte ich schon, was ist denn da los? Ja, fantastisch. Keine Ahnung. Großes Lob mal. An die Dame. Ja, genau. Wann hat denn der Schüssler gelebt? Das war so vor 150 Jahren. Die Homöopathie ist jetzt fast 200 Jahre alt, glaube ich. Und da hat er seine Heilweise begründet. Und daraus sind ja dann große Vereine entstanden. Ja. Ich habe mal ein bisschen in Wikipedia gegoogelt und gesehen, das sind eigentlich dann große Vereine gewesen. Biochemische Gesellschaften. Genau, biochemische Gesellschaften. Und jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ja, schon kann man sagen. Jetzt wurde das aber Gott sei Dank zu einer europäischen Biochemie vereint. Also diese moderne Biochemie. Oder fangen wir erstmal mit Schüssler selber an. Er hatte schon diese Heilweise sich überlegt und praktiziert. Und das ist ganz spannend. Er hatte damit schon solche Erfolge, dass er wollte sich als Arzt niederlassen. Und das war damals, glaube ich, nicht so einfach. Muss man Niederlassung beeintragen. Und dann haben sich Patienten für ihn eingesetzt. Die haben gesagt, wir wollen diesen Arzt, dass er bei uns sich niederlässt, weil das wirkt, was der macht. Also Patienten haben geholfen, diese Biochemie zu stabilisieren, zu fundamentieren eigentlich in der Gesellschaft. Und dann hat sich das so durchgesetzt, haben sich, wie du sagst, biochemische Gesellschaften gebildet. Und in Deutschland war das so stark, dass sich, das kann man jetzt zurückrechnen, die haben Zeitschriften rausgegeben, Vereine gebildet. Kann man sagen, dass sich schon eine Million Menschen organisiert haben und Schüssler gekannt haben. Dann kam der Krieg, Hitler, es war alles kaputt. Und dann ging es nach dem Krieg erstmal darum, ein paar Kartoffeln zu kriegen. Und deswegen war es etwas in Vergessenheit geraten. Aber das war schon mal die stärkste Therapierichtung Naturkunde, die es in Deutschland gegeben hat. Und es hat sich eben weiter durchgesetzt dann. Inzwischen gibt es biochemische Gesellschaften. In der Schweiz, in Österreich natürlich, klar, Thomas Weichtinger. In den Niederlanden, aber auch in Australien, in Ungarn gibt es jetzt, es setzt sich durch. In Indien sogar, in Amerika auch. Also es, was wir jetzt erleben, ist eine Renaissance. Ja, also es ist jetzt nicht ein vorübergehender Boom, sondern es ist irre stark und es wird sich durchsetzen. Ich habe noch gelesen, 1938 wurden diese drei großen biochemischen Vereine zwangsfusioniert. Okay, ja. Und daraus wurde dann eigentlich diese ganze Heilpraktikerbewegung aus Deutschland heraus gegründet. Ja. Ist auch noch spannend, die Geschichte dazu zu hören. Wusste ich ja vorher auch nicht. Ja, ich bis zur Heilpraktikerausbildung auch nicht. Aber ich bin natürlich dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich hoffe, dass es nicht wirklich abgeschafft wird. Die Naturkunde ist ja so stark geworden, dass jetzt manche Leute Angst vor uns bekommen. Und deswegen sollen ja die Heilpraktiker verboten werden. Und da wird sehr viel, ich darf das Wort in den Mund nehmen, wirklich Hetze gegen die Naturkunde gefahren. Und wir hoffen, dass sich dieses Horrorszenario nicht erfüllt, dass die Naturkunde wirklich so niedergemacht wird. Aber wohin das führen würde, da braucht man nicht spekulieren, da braucht man nur nach Amerika gucken. Da wurden per Gesetz einfach die homöopathischen Universitäten geschlossen. Alexander, ich war vor einiger Zeit in Florida und du fährst entlang und alle zehn Kilometer gefühlt ist eine Praxis Pain Management. Also wenn die Leute nur noch Chemie schlucken, ja, und nichts wirklich für die eigentliche Gesundheit tun, ja. Pain Management, ich meine, wie kaputt muss die Gesellschaft sein, dass sie nicht mal suggeriert oder anbietet, das müsste Pain Healing heißen, ja. Dann würde ich noch hingehen. Also ich gehe doch nicht in die Praxis, wenn der nur meine Schmerzen managen will, ja. Was ist denn das für ein Anspruch überhaupt, ja. Und ich hoffe, dass sowas jetzt nicht kommt und die Naturkunde ist sehr stark, die Leute wollen einfach Naturkunde. Ich habe mal gelesen, ich meine, man will ja die Homöopathie generell in Deutschland verbieten, aber das ist jetzt nicht wegen der bösen Homöopathie, sondern es ist vielmehr der Hintergrund dahinter, dass sich halt Menschen nur noch darauf verlassen und die herkömmliche Medizin dann verweigern und eben daraus letztendlich Schaden entsteht, wie es auch nicht immer wirkt und einfach nicht alles so absolut gesehen werden soll. Nur diesen Weg oder nur diesen Weg, sondern ich plädiere immer dafür, alles zusammenzunehmen. Also die Schulmedizin ist sicher absolut notwendig, um Körpersensationen zu deeskalieren, Erste-Hilfe, Notarzt, das ist gar keine Frage, ja. Aber die Naturkunde, die ich jetzt seit elf Jahren praktiziere, kann ich dir sagen, die ist so zuverlässig, die wirkt immer, es wird immer eine deutliche Verbesserung. Stabil, fundamental Gesundheit. Ich habe einen Ordner an Dankesbriefen, der ist wirklich so dick und das ist die Spitze vom Eisberg. Und im Detail, in der Breite, die Leute kommen als Wrack, ja, es gibt junge Frauen, die heulen auf dem Stuhl mir gegenüber und nach 100 Tagen habe ich wirklich zwei Seiten Dankesbrief. Es funktioniert sehr zuverlässig, kann ich wirklich sagen. Toll. Jetzt lassen wir ein bisschen den Spatz aus dem Sack raus und dann sag mal, für was ist dann diese Schüsselersalze denn gut? Also ich weiß nur, es gibt Nummerierungen, aber in welchem Krankheits- oder Gesundheitsproblemfall ist es denn sinnvoll? Ja, das klingt jetzt vielleicht, wenn man das noch nie gehört hat, nach großer Klappe, aber mit Schüsseler kannst du wirklich alles für jede Situation arbeiten. Und jedes Mineral, also Schüsseler hat ja erstmal diese zwölf Mineralen entdeckt. Der Ansatz von Schüsseler ist zu sagen, ich gebe dem Menschen die Mineralien, die eigentlich sowieso im Körper vorkommen, potenziert die aber wie die Homöopathie. Und das waren damals, wo die Menschen wussten, es war das Anliegen von Schüsseler, also nur die wirklich physiologischen Körpervorkommen zu verwenden. Und nach Schüsselers Tod wurden die Messmethoden feiner, da hat man gesehen, Zink kommt genauso notwendig im Körper vor, Kobalt. Also du sitzt jetzt hier und hast ein Milligramm Kobalt in dir und wenn du das nicht hättest, könntest du nicht leben, weil das ist das Zentralion von Vitamin B12 und ohne das wäre man nicht lebensfähig. Also wir brauchen wirklich alle diese Mineralstoffe und inzwischen sind wir bei 33 und es ist durchaus möglich, dass noch weitere dazukommen. Tatsächlich? Ja. Okay, ich weiß nur, man geht in die Apotheke oder Drogerie und kann sich das kaufen, aber wie sieht das mit der Beratung aus? Kann das jeder, ist jeder ausgebildet, der das verkauft? Leider Gottes noch nicht und wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich darüber nichts wusste, weil das hat man auch als Apotheker erlebt, die Leute kommen, die wussten dann schon mehr über Schüsseler wie ich, wie peinlich ist das eigentlich. Und da muss man sagen, das ist flächendeckend nicht so. Also ich muss sagen, in der Fläche wissen weder Ärzte noch Apotheker da eine gute Beratung anzubieten. Gott sei Dank hört man jetzt so Fälle wie von deiner Zahnärztin, aber da wäre viel mehr notwendig, da wissen die Leute als wirklich schon besser Bescheid. Also bei mir, Gott sei Dank, inzwischen hat sich das radikal verändert, klar. Jetzt noch die nächste Frage, in dieser Dose habe ich gelesen, die Tablette wird gemacht aus Milchzucker. Genau. Was ist bei Leuten, die eine Intoleranz haben dazu? Ja, also da geht es ja um die Laktoseintoleranz und du weißt auch, wo ich jugendlich klein war, da hat kein Mensch Laktoseintoleranz gehabt. Genau, wie kommt denn das einig? Ehrig habe ich noch jemanden gekannt. Also die alten Oma, sie haben noch den edelweiß Milchzucker geholt, weil es ein sehr mildes Abführmittel ist, wunderbar funktioniert. Warum haben jetzt plötzlich alle Leute Laktoseintoleranz? Also Laktoseintoleranz ist nichts, was so in der Luft schwebt, was auf mich herunterfällt, jetzt habe ich plötzlich eine Laktoseintoleranz, sondern ich bin ja auch Darmtherapeut und da sieht man, dass die Darmgesundheit miserabel ist in der Bevölkerung, es wird immer schlimmer. Und das Enzym, um Milchzucker verwerten zu können, ist diese Laktase und die sitzt auf den äußersten Enden der Darmzotten. Und wenn der Darm beginnt, diese Zotten zu degenerieren und dann ist das erste Anzeichen praktisch, dass sich Laktose nicht mehr gut verstoffwechseln kann. Und deswegen ist eine Laktoseintoleranz ja eigentlich schon eher ein Anzeichen, dass man mal eine Darmsanierung machen müsste und dass es schon wirklich ans Eingemachte geht. Also ein gesunder Mensch verträgt Laktose, es ist leicht förderlich für die Darmflora, es ist jetzt kein Darmaufbau, aber es ist nichts Schlimmes. Und wenn du mal guckst, diese Laktose ist ja davon abgesehen auch in sehr vielen Lebensmitteln drin, also in Wurst, die Bäcker machen es rein und so weiter. Also das bisschen Milchzucker, was man da aufnimmt, ist jetzt nicht konterkarierend für Therapie. Ich habe jetzt in elf Jahren unzählige Patienten betreut und die haben Riesenprogramme gemacht, moderne Biochemie gibt sehr viel, Schüsselertabletten am Tag. Und ich arbeite auch mit Asiaten zusammen, denen fehlt ja das Enzym komplett, um Milcheiweiß oder Milchzucker auch verwerten zu können. Und dann ist es halt so, wenn die Leute reagieren, Laktoseintoleranz, dann sage ich, machen Sie mal ein bisschen Pause, drei Tage komplett, machen Sie mal nur eine Tablette von der Nummer am Tag und auf einmal geht es. Die sagen erst am Anfang, geht nicht, ja, und ich musste wirklich in elf Jahren kein Mensch eine Therapie abbrechen. Eine einzige Frau hat es mal gemacht, aber die hat nicht gehört, die hat gesagt, gehen Sie doch noch mal dran, machen Sie Pausen und so. Aber es ist wirklich ein einziger Fall, aber es geht immer. Dieser Milchzucker kommt eigentlich von der Vorschrift für homöopathische Arzneimittelherstellung und da ist einfach vorgeschrieben, Milchzucker zu verwenden, ja, zur Verreibung. Aber es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Und viele Leute denken dann, um Gottes Willen, ich vertrage den Milchzucker nicht, ich kann Schüsseler nicht nehmen, aber das sind schon Entgiftungsreaktionen, weil Schüsseler fängt an, jede Zelle zu reinigen zum Beispiel auch. Okay, und wenn die Leute mit Durchfall reagieren, ist es dann wirklich zu viel gerade gewesen? Ja, also wie gesagt, eine Asiatin hat mir mal dann später gesagt, es ging da um Rheuma und wir konnten es dramatisch verbessern. Und die hat gesagt, ich hatte am Anfang zehnmal am Tag Stuhl gegangen, ja. Dann habe ich gesagt, hättest du dich gemeldet, hättest du was gesagt, also wir kennen uns. Und dann hat sie gesagt, die Asiaten sind da auch nicht so zimperlich, muss ich echt sagen. Die Europäer sind also sehr zart beseitet, ja. Und die ziehen sowas mal einfach durch und es geht. Also es ist bei einer Asiatin gegangen und die können es wirklich vom Enzymsystem deutlich schlechter wie der Europäer per se. Ich kenne diese Dosen eigentlich immer so mit diesem blauen Ring, weiß und blau. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen gegoogelt und gesehen, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Verpackungen. Ja. Da frage ich mich, ist denn jedes ein Original? Kann man sich darauf verlassen, wenn Schüsselsalze draufsteht, dass auch Schüsselsalze drin ist? Jawohl, das ist die Vorschrift. Also viele Leute werfen das wirklich durcheinander und sagen, haben Sie jetzt wirklich die Salze von Schüßler, ja. Schüßler hat gar keine Salze, Schüßler hat diese heilweise begründet. Und die Firmen stellen das nach Schüßler her. Und da gibt es sehr viele Firmen, aber die Vorschrift ist einfach ganz streng vorgegeben, wie es herzustellen ist. Und alle Firmen müssen das nachweisen und es wirkt. Also das ist ganz sicher. Also du kannst jede Firma nehmen. Okay. Es ist ein bisschen eine Preisfrage manchmal, kann man gucken. Aber die Wirkung ist durch diese einheitliche Vorschrift einfach gegeben. Ich habe jetzt verstanden, das ist ein homöopathisches Produkt. Das hat zwar das Mineral drin, aber ganz, ganz wenig. Genau. Und das ist hochpotenziert. Genau. Das heisst, wir agieren hier auch auf der Information. Niederpotenz, ja. Niederpotenz? Ja, genau. Okay. Und es wird dann hochpotenziert? Es sind Niederpotenzen. Ja, ja. Schüßler geht nicht über D6 und D12, das sind auch Niederpotenzen. Also wir gehen nicht in die Hochpotenz bei Schüßlereien. Was ist der Unterschied? Möchte ich gerade die Frage noch stellen für die Zuschauer. Ja, wenn man das noch nicht gehört hat, das ist so, ich habe jetzt zum Beispiel 1 Gramm Mineral. Ja, das wird jetzt dann 1 zu 10 verdünnt mit, also 1 Gramm Mineral mit 10 Gramm Milchzucker. Und das nennt man dann die D1. Davon nehme ich dann wieder 1 Gramm, verdünne es wieder mit 10 Gramm, dann habe ich D2. Und so geht es immer weiter. Und das kann man natürlich immer noch, noch weiter machen und dann kommt man dann zu LM-Potenzen, Q-Potenzen, C-Potenzen und so weiter. Und das ist dann Hochpotenz? Das ist Hochpotenz, ja. Das ist nur noch Information? Nur Information, genau. Okay, okay. Gut, also wenn jetzt jemand zu Hause ist, du hast vorhin das Wort Rheuma genannt. Ja. Ich stelle mal auf, vielleicht auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Ja. Also eigentlich mit allem. Alles, ich könnte eine Fülle von konkreten Beispielen, ja. Also man könnte mit dieser Fülle von Möglichkeiten einmal sagen, bevor ich jetzt mit der Chemiekeule gehe oder meinen herkömmlichen Weg gehe, könnte ich mich mal beraten lassen und sagen, welche Schüsselnummer wäre jetzt ideal, um hier meinem Schmerzen oder meinem Problem entgegenzuwirken. Ja, das sage ich dir, am besten ist immer mal ein konkretes Beispiel. Also da kam eine Frau, die hat seit 15 Jahren Rheuma. Das hat sich jetzt so aggressiv verschlechtert, dass die Schulmedizin gesagt hat, sie wird jetzt demnächst im Rollstuhl sitzen. In dem Zustand kam sie. Sie konnte nicht mal mehr Haustürschlüssel umdrehen, keinen Telefonhörer in die Hand nehmen. Sie ist Lehrerin, sie hat gesagt, Kinder, ich müsste jetzt an die Tafel schreiben, aber ihr wisst, ich kann die Kreide nicht halten. Also extremes Rheuma darf man dann glaube ich sagen, ja. Die hat die Therapie gemacht, Schüsseler, Vitamin D, sage ich gleich dazu, ist eine Basis bei der Gesundheit, muss stimmen und Darmsanierung und nach sechs Wochen konnte sie es wieder. Ihr Traum war, also ein Haustürschlüssel umdrehen, ja. Ihr Traum war auch mal am Tag eine halbe Stunde zu laufen ohne Schmerzen. Und das konnte sie dann nach einem halben Jahr, sie hat weitergemacht, nach eineinhalb Jahren kam sie in die Apotheke und hat gesagt, Herr Kunz, das Rheuma ist nicht mal mehr feststellbar im Blut, ja. Es funktioniert wirklich zuverlässig. Du hast auch Kopfschmerzen, also das berühmte Mittel natürlich, die heiße Sieben. Also hier haben wir so als Beispiel, Schüsseler gibt es ja auch in Tropfen oder Tabletten. Ach, auch aus Tropfen? Ja, ja, genau. Alle zusammen? Ja, ja, genau. Und dann wird man zum Beispiel zehn Tropfen oder zehn Tabletten in eine Tasse heißes Wasser und das ist Magnesium, Schüsseler und kleine Schlückchen trinken und das ist fantastisch. Fällt mir jetzt spontan, ist gerade Kopfschmerzen hilft bei jedem, bei allen Arten von Schmerzen. Aber so ein super Beispiel kam eine Frau, sie hat gesagt, sie hat gerade drei, jetzt hätte ich beinahe das chemische Mittel gesagt, machen wir jetzt nicht, ja. Also typische Kopfschmerztabletten für Frauen geschluckt, drei hintereinander halt gar nichts genützt. Dann habe ich gesagt, probieren Sie das mal und habe ich gesagt, wenn Sie das Gefühl haben, das wirkt noch nicht durchschlagend, ja, dann wiederholen Sie es nach 20 Minuten mal, vielleicht nochmal. Und dann kam sie später in die Apotheke und hat gesagt, Herr Kunz, ich habe das so gemacht und habe gedacht, tut sich was, tut sich nichts nach der ersten Tasse. nochmal nachgelegt und da ging es jetzt um Regelschmerzen, die waren wie weggeblasen. Dann habe ich das meiner Tochter gesagt und die hat das auch probiert, aber bei ihr hat es nicht geholfen, ja. Ich sage, die Leute sind dermaßen unten im Mineralstand, ja, und diese Regulation, sie sollte es einfach mal jeden Abend machen, wirklich aufbauen, ja. Zwei Zyklen lang, sag mal, bei Frauen bei Regelschmerzen. Und sie hat es gemacht und inzwischen erzählt es allen Freundinnen, weil es kommt irgendwann, es greift. Also man kann Schüssel auch aufbauend nehmen, es wird immer stärker, je länger man es nimmt. Inwiefern kann ich jetzt diese Aussage machen, dass da auch eine gewisse Art von Parzebo enthalten ist? Ja. Es wird der Homöopathie immer unterstellt. Also da habe ich zwei sehr triftige Argumente. Das eine ist, jetzt kann man daran glauben, kann man nicht daran glauben. Also wenn ein Schüsseler so stark wirkt, wie ich sage, ja, dann müsste es auch da wirken, wenn ich es direkt auf die Haut auftrage, ne. Und da kommt kein Mensch dran vorbei, ja, weil es gibt Leute, die sagen, ach, hilft das nicht so. Ich zähle euch so ein Beispiel, eine Frau kam, ihr Mann hat so eine Warze am Augenlid, ja. Willst du da mit einer Säure dran oder wahrscheinlich nicht, ja. Er hatte schon einen Operationstermin im Katharinen-Hospital in Stuttgart, um die dann unter Narkose zu entfernen, ja. Sie hat gesagt, ihr Mann glaubt da nicht dran, aber sie nimmt mal so eine Salbe mit, mit Schüsseler, hat die dann einfach außen auf das Augenlid drauf und bis der Termin war, war die Warze abgefallen, ja. Also ich mache Schüsselsalben, ein bisschen Pflanzen noch dazu, die Warzen fallen zuverlässig nach drei, vier, acht Wochen ab, ja. Also ist Placebo, also du kannst dran glauben, dran nicht glauben, es wirkt einfach. Du kannst es direkt, wir haben einen Narben-Salbe-Schüsseler, da sagt ja jeder, ach Narben, da kann man gar nichts machen, die kann man vielleicht ein bisschen einfetten, ja. Und auch immer konkretes Beispiel, da kam eine Frau und hat die Narben-Salbe von uns geholt und nach drei Tagen kam die und hat gesagt, was ist denn das, die Narbe ist ja abgefallen. Das war so eine verhärtete Wurst am Bauch, zum Glück hat sie die nicht gezeigt, ja. Aber sie hat gesagt, das ist einfach abgefallen, ja. Und die war ganz aufgelöst und habe gesagt, ja, ist da jetzt was Schlimmes, ist da ein Loch im Bauch oder so, gell. Und sie hat gesagt, nee, aber sowas hätte sie nicht erwartet und so, ne. Ja, ist da jetzt irgendein, nee, ist gut, ist alles glatt und gut, ja, so. Also wenn das hier auf der Haut so stark wirkt, zuverlässig, du brauchst es nur auftragen, du wirst es erleben, dann ist es völlig logisch, dass es genauso zuverlässig und stark auch im Körper wirkt, aber da reißen sich 70 Billionen Zellen drum und dann dauert es vielleicht als länger oder der Körper sagt, diese Aufgabe ist mir wichtiger. Das andere Argument, um zu zeigen, dass Schüßler immer wirkt, ist folgendes. Nehmen wir mal das Thema Eisen. Also die Frauen haben, in der Schwangerschaft kommen die 7,5 Eisen oder so was, ja. Und die nehmen diese grobstofflichen Eisenkapseln, also hoch dosiert, mit dem Erfolg, wenn sie Glück haben, steigt das Eisen. Meistens hat man eher Nebenwirkungen, Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, ja. Und dann setzt man diese hoch dosierten Eisenkapseln ab, dann fällt das Eisen in den Keller. Ja, jetzt gibst du Schüßlereisen pro Tag vielleicht auch mal 12, 20 Tabletten. Machst es vielleicht 2, 3, 4, 5 Wochen, man kann noch ein Blutbildungsprogramm ergänzen. Und dann gebe ich dir wirklich Brief und Siegel, dass die Eisenwerte stabil steigen. Die Frau nimmt es und nach 4 Wochen sind die Wert bei 12,5. Nummer 3 Schüßlereisen. Nummer 3, haben Sie gehört, liebe Damen zu Hause bei Eisenproblematik, aber auch zwei Damen zu Hause mit Eisenproblematik. Schüßler Nummer 3. 3, 12 bis 20 Stück am Tag, mal testen und dann wieder messen beim Arzt. Einfach ausprobieren, messen lassen und dann wissen Sie, dass Schüßler immer wirkt. Uns rennt die Zeit davon, ich habe jetzt gerade noch eine Minute. Die Frage ist, wir haben das Thema nur angerissen. Ja, genau. Wo kann ich mich weiter vertieft damit auseinandersetzen? Hast du da irgendwie eine Plattform, wo du kennst? Es gibt sehr gute Literatur, einfach Bücher auch. Das Buch, meine Lehrerin hat auch ein gutes Buch geschrieben, Margit Müller-Fraling, auch gerade für Anfänger, Impuls des Lebens. Und mein Buch kommt jetzt in vier bis acht Wochen raus. Und da werden wir diese fantastische Hochfrequenzmedizin aus Russland nach den Zeltunern, nach Tesla und Lakowski kombinieren. Und das ist da genau beschrieben, wie man dann Schüßler mit Tesla kombiniert in meinem Buch. Das heißt dann Dr. Tesla meets Dr. Schüßler. Super. Ja. Dein Buch kommt in? Vier bis acht Wochen, hoffe ich, ja. So müsste es schon passen. Okay, heute ist die Drehaufnahme, wir sind im Februar, das heißt also in dem März. Ja, genau. Gut. Dann werden wir das auch in den Shop stellen, damit sich Menschen einfach noch weiter... Da steht dann alles drin, genau. Gut. Hast du sonst noch eine Plattform, wo man allenfalls nachlesen kann? Also googeln kann man natürlich auch, aber ich glaube, so ein fundiertes Buch ist schon alles besser, als da im Internet sich irgendwelche Informationen zu fischen. Ich habe auch mal eingeschaltet, da kam so ein YouTube-Video und da hat eine junge Frau gesagt, ich kenne mich gar nicht aus mit Schüßler, aber ich habe das jetzt kennengelernt, erzähl euch was. Da muss man vorsichtig sein, ja. Also ich würde mir da schon einfach so ein Buch holen. Ah, super. Okay, gut. Danke vielmals, lieber Wolfram. Sehr gerne. Sehr spannend gewesen. Wir müssen weitermachen, ich möchte nämlich auch noch die einzelnen Nummern mal hören, was da dahinter steckt. Hochspannend, du wirst sehen, ja. Super. Also Sie können sich darauf verlassen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute in einer Woche machen wir weiter mit einem Dreh und werden dann die Nummerierungen eins, zwei, drei und so weiter mal durchgehen und schauen, was da alles für uns Wichtiges darunter ist. Ich persönlich bin jetzt schon, muss ich sagen, ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen neugierig. Ja, freut mich, ja. Sehr neugierig. Kopfschmerzen ist so ein Thema. Eisen fand ich jetzt toll. Ja. Und du steckst mich ein bisschen an mit deiner Begeisterung. Da muss was dahinter sein, weil du es erlebt hast. Eine Frau kam von weiter her, das war schon noch Anfang Schüssler, und hat gesagt, sei Kindesbein an, kann sie Eisen nicht im Körper halten. Sie bekommt als Eisen Spritzen, da kann man echt vom Stuhl fallen, ist auch passiert, weil das wirklich, Eisen ist sehr heftig für den Körper, da kann man sich auch vergiften, wenn es zu hoch dosiert ist, ja. Und sie konnte es nicht glauben, sie hat Schüsslereisen gemacht und die Werte waren okay. Es funktioniert selbst bei solchen Lagen. Und hält dann auch. Genetisch kann ich das nicht. Also wenn die Situation so ist, dass sie es genetisch erblich bedinglich halten kann, dann muss man definitiv wirklich praktisch immer machen. Und dann kann sie es aber ausgleichen. Aber immerhin, immerhin. Genau. Machen wir halt ein bisschen Schüssler. Alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen.